Willkommen zurück bei Safari, wir haben gerade den einen noch erledigt, neben der Aufnahme, weil das war ein bisschen kacke, der hat uns direkt angegriffen, weil wir beendet haben, deswegen ist mein Rüstung zu bauen. Gut, dann gehen wir jetzt zu diesem, äh, anderen Flugzeug. Ja, Cockpit, wir haben ein Cockpit gefunden, Alter, was wir nicht alles finden jetzt zur Zeit. Das ist echt pervers. Was ist das? Hä? Hm, okay. Das ist ja nur eine andere Pflanze. Das sieht aus wie so, wie so ein, äh, ist, versteckt sich denn da unten irgendwas? Ach, man kann damit, äh, Laubblätter sammeln, hm. Ja, Laubblätter kriegst du sowieso in dem nötigen Scheißer. Äh, so. Äh, das ist ein Lizard, 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 noch ein Lizard, oh Gott, ja die, wie viele Lizards die sind, komm schon Lizard, Lizard, bleib doch da, ich will hier doch nicht, so. Bin gleich wieder da, ich muss nur gerade ein Lizard. Ja genau, ich geh schon mal Richtung Cockpit und schau mal, was ich hier so finde. So. Alter, ich dachte, das ist ein Riesenlüssel. Das ist, was ein Stein oder was? Ne, ein Holz, äh, so ein Ding, ich dachte, hier ist so ein Riesenlüssel. Stimmt, das sieht aber echt so aus. So ein Riesenlüssel, weil hier der Kopf, guck mal, das sieht sogar aus, und zwei Augen und so, das sieht voll heftig aus. Und da hinten auch, weißt du, hier so. Eben dir wär ein Hase gewesen, ne? Alter, ist mir ein Bursch, ich will zum Cockpit. Alter, pervers geil. Weißt du, und ich hab das letzte Folge noch angesprochen, ne? Die kann hier eigentlich irgendwo. Der, mh, lecker, direkt durch die Scheibe durch. Alles volle Moos hier. Alter, aber das ist nicht das ganze Flugzeug, Alter. Circlewood. Flaregun, ja. Geil, Flaregun. Nice. Was ist das? Was ist das? Circlewood. TV-Stars-Wife-Dice. Oh mein Gott, das bist du. Schau mich mal an. Was? Du bist ein TV-Star, Mann. Yeah. Siehst du das Heftel da? Hast du das mal angeguckt? Ne. Liegt hier ein Heftel bei dir? Ja, das Heft hab ich aufgenommen, aber ich hab das irgendwie nicht erkannt. Äh. Was ist mit dem passiert? Du bist ein TV-Star. Hat ein paar Kostas abbekommen. Es sind so viele Circuit-Boards irgendwie gerade. Ja, ich... Ich hab aber noch zwei Bomben. Ja, ich hab... Ah, ich hab... Zeit... Ach, ja, genau. Ne Bombe. Ne, drei Bomben hab ich. Eine Haftbombe und eine normale Bombe. Hier blinkt's. Nein. So. So, ich mach mir ganz schnell Haftbomben, die ganze Zeit. Ach, ja, eine Haftbombe. Ja, ich mach auch mal eine Haftbombe. Ähm. Hä, und die Haftbombe kannst du nochmal benutzen? Hä? Ja, die Haftbombe da... Was ist das jetzt? Headbomb. Ne, das funktioniert irgendwie nicht so. Hä? Jedes Mal, wenn ich das Ding, dann ist es wieder... Ja, ich... Ja, ich weiß irgendwie. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was man da macht. Ich kann's kombinieren, aber das weiß ich weiter. Äh. Ich kann's kombinieren, aber das passiert nicht. Na, das nicht. Ja, genau. Ah, warte mal. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich... Gut, jetzt hab ich genug Bomben erst mal. Ja, gut, ich kann... Oh, falsch ausgelustet. Ach, das hat sich schon mal gelohnt, weil das kann man... auch jetzt die Flares mal als Waffe hernehmen. Endlich. Ach, die sind überall so Dinger, Alter. Das ist voll... Ist das... Ich dachte, das ist ein Schlüssel, Alter. Aber ist das nur der Gurt? Ist der noch? Aber mehr ist hier nicht, oder? Ist noch ein paar Koffer hier? To-Do-List. Explore... Stop Merge... Layers... K... Den Kohl. Alter, wir haben noch so viele Gegner nicht gefunden, ne? Weil... Da kommen noch so viele Gegner dazu. Da hat ein Koffer. Alter, toll. Die ganzen Koffer sind alle im Wasser. Was ist denn das für eine Scheiße? Ähm... Ich habe jetzt zwei Clothes. Sehr gut, ne? Uff! Öff! Wieder ins Wasser geschubst. Du darfst nicht davor stehen, weil sonst kann ich's nicht machen. Ich hab's schon kaputt gemacht. Und das ist auch den Hunger. Das eine habe ich schon und dann nehmen wir noch das mit. Verdammt. Ja, die ist nicht schon offen. Na, einer ist offen. Die anderen schiebe ich grad hoch. Ja, ich schiebe auch grad einen hoch. Clothes. Unmedic. Sehr schön. Ja, aber ich glaub, da haben wir irgendwie das noch ganz schön geschehen, ne? Irgendwie so mal. Ach, da ist einer auf der Seite. Wissen wir schon. Alter, was denn das für eine Schildkröte? Oh, man kann hier vibrieren, falls man das gehört hat. Hier, schau dir mal, das ist doch... Das ist eine Schildkröte, Landschildkröte. Achso. Das andere, was wir immer kühlen, ist immer Wasserschildkröten, Wasser... Ding, was man, ja. Na gut, gehen wir mal, ich geh noch auf den Gerd hier, und schau mal, ob's da irgendwie... Ob's wie viel weiter geht hier. Ach, hier ist ein Koffer. Sehr schön. Flares, wie denn nur Flares. Das gibt's doch nicht. Naja, aber Flares ist ein bisschen nützlicher. Alter, wie viele Koffer... Alter, nur Flares hier, oder? Ahja, das sind so... Ich glaub, so arangen Koffern sind immer nur Flares. Schön wär, wenn das Kleidung wär. Nur Kleidung, Kleidung, Kleidung. Das wär voll nice. Na gut, so viel Flares kann man gar nicht mitnehmen. Nee. Ja, so, man findet so viel Flares kann man... Oha! Meine... Wat? Ich probier's was aus. Max, mit Flares schießt man da weh. Burn, burn, burn. Guck mal, die dance sind voll ab. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ey. Ey. Nein. Du musst nur mal danceen. Dance, dance, dance. Jetzt so dance, 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 dance. Das ist okay. Ich hoffe, ich weiße Zähne. Sehr schön. So. Es sind noch so viele Flares, da kann es echt in der Armee kommen. Ich glaub, hier waren wir noch nie. Ganz ehrlich. Nee, klar waren wir hier noch nie. Ach, hier sind Koffer. Yeah. Koffer sind gut. Koffer sind gut. Snack, Kleidung, Geld. Kleidung, Kleidung, Kleidung. Snack, Kleidung. Wenigstens können wir beide Kleidung aufnehmen. Das ist schon mal sehr praktisch. Snack. Ich ess mal einen Snack, weil hier gerade zwei Snacks sind. So. Da ist noch ein Koffer. Ja, Snack ist weg. Ja, hier gibt's bestimmt wieder einen Snack. Ja, ich hab genug Snacks. Oh Mann, äh. Kann mich hier nicht mehr in Ruhe survivlen. Das ist ein Witz. Das nervt's langsam. Übertreiben kann man's auch, oder? Ey, wieso brennt der denn jetzt? Wieso brenn ich? Ah, du Opfer. Hast du krass mit der Flares geschossen? Nein, ich hab die Flares noch nicht einmal in der Hand gehabt, seit ich sie ausgefunden hab. Wieso brenn ich den auf einmal? Wäre aber mal eine gute Idee, so eine Flares nehmen. Alter, wie geil, ey. Alter, ganz viele... Koffflächer auch nochmal. Equip. Ah, das nehmen wir wieder Snacks. Kann man zielen, oder? Nee, gar nicht. Einmal nur... Ist aber ganz einfach irgendwie. Hm. Cool. Alter, wir hinten hat voll viel, ey. Also in letzter Zeit sind wir echt richtig erfolgreich. Das ist... Alter, evil, Mann. Sorry, ich weiß gar nicht mehr, was ich ausrüsten wollte. Ja, wollen wir jetzt weiter... Dann, sie ist ein Lager. Oder wollen wir... Hinten ist ein Lager. Oder wollen wir hier ein bisschen weiter gehen. Uah. Da ist ein Zelt. Weil jetzt sind wir... Vielleicht ist irgendwas. Ich weiß es nicht. Ne Höhle. Ne Höhle. Ne Höhle. Ne Höhle. Ach, wir haben immer noch die Höhle da noch zum Erkunden da hinten. Ganz vergessen, Mann. Warte, ich markiere das schnell. Habe ich jetzt eigentlich auch vergessen. Guck mal, da schläft ein Turtle drin. Moment. Alter, Alter, chill mal. Da kommen wir, bekommen wir den Besuch. Oh nein. Welche Farben haben wir gesagt? Gelb. Gelb, ja. Wir müssen dann unsere Schlitten andersfarbig machen. Beide. Am besten die gleiche Farbe. Ja. Guck, da schläft... Da schläft ein Turtle drin. Mach mal zwei dann einfach. Ja, da schläft ein Turtle drin. Na ja, cool. Gut, jetzt haben wir da wieder zwei Höhlen gefunden. Wollen wir es trotzdem nicht sinnvoll finden? Ja, das war unsere eigentliche Planung, ne? Jetzt haben wir aber schon wieder zwei Höhlen gefunden. Ich meine, wir markieren die ja. Man kann ja immer wieder da hinten. Sollten es uns so ein bisschen so... Das ist jetzt aber nicht gegen, was ich da markiert habe. Was ist denn das? Ist das eigentlich ein Riesensee hier? Das ist ein Riesensee oder gehört das zum Meer? Ja. Jetzt aber. Wir sind voll weit auseinander. Oh, Bären. Sehr schön. Oh, hier sind ganz viele Bären. Oh, meine Ding ist voll. Ne, ist nicht voll. Da kann ich echt nichts mehr betroffen. Ne, oder? Jetzt geht's. 20 Blueberries habe ich. Boop. 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 Endlich habe ich mal wieder blaue Bären gefunden. So. So, aber ich habe schon 14 Blueberries, also man kann dann wahrscheinlich schon... Ich hab 20. Ich hab 20. 20, ja, gut. Hätte mich auch gewundert, wenn man das nur 10 Bären oder so tragen kann. Sollten wir eigentlich mal wieder speichern? Jetzt nur so, weil wir ja zu viel gefunden haben. Äh, wäre vielleicht nicht schlecht. Schon, oder? Ja. Weil man weiß ja nicht... Plötzlich, wenn ein Mutant aus der Ecke springt, dann hat man voll verkackt, ne? Ja. Dann baue ich schnell eins zum Speichern. Was ist das denn? Was denn? Sind das Rehe? Ah, ist ein Rehe. Ja, Rehe ist gut. Warte, ich versuche hier... Das sind zwei Rehe. Na 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 na. Oh ja, ich seh's. Beweg dich nicht. Das sind drei Rehe. Ja. Warum brennest du jetzt? Warum? Immer wenn ich auf ihn gezielt hab, brennt er los. Bleib stehen. Daneben, das gibt's doch nicht. Hä? Irgendwie die Rehe kriegst du nicht down mit dem Fallenbogen, habe ich das Gefühl. Hä? Ich triff die nicht. Ich muss mein Speer nehmen. Hä? Ich muss... Ja. Irgendwie. Lol, das Rehe geht voll in das Wasser rein. Jetzt ist er da. Meine Güte. Hallo? Hä? Hä? Meiner will nicht mehr werfen. Was ist denn das für ne Scheiße? Ohhhh. Euch kann ich jetzt gar nicht... Ein Rehe hab ich schon mal. Oh Gott, hier sind... Hier sind Krokodile. Was? Greif mich nicht an. Hehe. Ich hab's getötet. Killcock. Oh nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Ich brauch Hilfe. Ohhhh. Weil ich hab grad nen Speer in der Hand und... Ach man kriegt da nur nen Lizard Sk... Zwei! Uh. Ich brauch Hilfe, komm schon. Weil ich hab grad nen Speer in der Hand und es geht wieder nicht, glaube ich. Moment. Moment. Waaah, der Krokodil! Vor hinter mir her. Neben dir ist noch ein lebendiger Krokodil. Ja. Krokodil. Das sind drei Lizard Skins. Und da kommt noch ein Krokodil auf dich zu. Alter. Ach, die greifen mich die ganze Zeit an. Ja natürlich, was glaubst'n du? Alter komm, schnell. Das kann's doch nicht sein. Das ist mit nem Speer. Das ist echt buggy. Den buggen musst du's ja unbedingt mal fixen. Ich hab das Problem noch... Alter, jetzt chillt mal. Ich hab überhaupt keine Rüstung mehr. Alter. Alter. Scheiß Krokodil. Du pisst dich. Alter. Alter, die sind grad zu viel. Meine Güte, ey. Ich chillte den grad mit nem Speer. Oh, Alter. Alter, ich fahr doch grad hier. Chill doch mal, Alter. Ja, hilf mir nicht, hast schon recht. Tu das lieber abziehen. Meine Güte, ey. Ich hab die ganze Zeit mit nem Speer draufgekickt, Alter. Und wir sollten gleich pennen gehen, eigentlich. Hä? Toll. Ich hab natürlich jetzt keine Ding mehr. Keine... Ach, verpiss dich. Ich muss nämlich clean nehmen. Ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Ich muss mal ein bisschen Rüstung herstellen. Kämpf lieber mal. Das sind ziemlich viele grad. Schon wieder? Zwei Stück. Ich hoffe, dass es geht. Ja, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Und wir pennen jetzt einfach schnell mit uns rüberhausen. Das hat doch mal funktioniert, auch wenn da so viele Warn kommen. Ach, pennen geht wieder nicht. Ist das jetzt denn scheißernst? Jetzt... Ach, ich speichere lieber einfach mal. Ja, ich hab auch einmal gespeichert. Wir kommen grad ein bisschen nicht rein. Also wir kriegen schon irgendwie immer was gebacken. Leulich haben wir Reha geschlagen. Cool. Du Mörder. Ja, wir sind nicht weggelaufen. Ich hab den nicht... Cool. Oh mein Gott. Kann man jetzt schlafen? Was machst du? Kann man ja Rüstung herstellen. Ist das... Ne, Stealth Armor. Weil der Angriff hat mir meine gesamte Rüstung gerade. Das ist entdeppert. Boah, ich hab nicht mehr über 1000 Leaves. Als halte ich mir diese, äh... Stealth Armor mach, ne? Geh mir Leaves. Jetzt brauch ich immer 15 Dinge. Das ist schon... Schon heftig. Alter, ich hab so viel Fleisch mit uns am Arsch. Oh nein. Können wir mal ein Feuer machen. Sieht der... Mich sieht der gar nicht. Geil. Okay, doch, er sieht er mich. Komisch, aber wenn ich mich hinknie mit dem Stealth Armor... Oh ne, der hat schon den, äh, brennenden Molly in der Hand. Oh mein Gott, meine Rüstung ist wieder voll für den Arsch, Alter. Alter, so viele gerade. Ich komm nicht mehr zum Schlagen, Mann. Die Rüstung ist grad down. Komplett. Ich sagte voll, fast. Haut einfach ab, ihr... Die sind richtig aggressiv und stark geworden, die Viecher. Ja. Leck mich fett, Alter. Meine Güte, ey. Alter, jetzt ist das echt übertrieben, Mann. Können wir jetzt schlafen? Immer noch nicht. Oh Mann. Nein. Warte, ich sammle mal die Leichen ein, dass wir dann morgen mal wieder ein bisschen verbrennen können, ey. Obwohl ich möchte eigentlich überhaupt... Ich kann noch mal Abendreuz herstellen. Loll, die Rehe rennen bei mir gar nicht mehr weg. Doch jetzt. Ich hab dich doch erwischt. Nee, ich hör sie schon wieder. Bitte sag mal, dass wir schlafen können. Hey, die lebt noch. Oh, zack. Oh Mann, warum können wir nicht schlafen, meine Fresse. Oh mein Gott, meine Rüstung ist wieder komplett weg. Das ist wieder voll zum Beepen. Ich rufe. Ja, das Schlimme ist, du stellst die Rüstung her, ne. Dann ziehst die Rüstung an, denkst dir ja wieder voll mit Rüstung. Du darfst das nicht denken. Und dann greifen die wieder an. Dann bist du deine Rüstung wieder downer und du kannst sie theoretisch wieder Rüstung machen. Voll der, voll Teufelskreislauf. Und immer, während du die Rüstung, während du die Leiche verbrennst und so greifen sie sich wieder an. Und die Rüstung ist wieder kaputt. Schon wieder. Meine Güte. Jetzt lasst uns doch mal in Ruhe. Wir sind doch friedlich, ja? Ich mach eigentlich gar nichts. Oh Mann, äh. Jetzt nervt's grad. Ich will eigentlich grad nur Survivalen hier. Ein bisschen rumlaufen. Willst du Survivalen? Äh, wo ist denn das Hütchen, Alter? Ihr könnt gleich schlafen. Wenn wir den gekillt haben, können wir, glaub ich, schlafen. Und wieder einer noch. Oh Mann. Nein, das sind noch so viele. Fährt nicht mehr auf. Ja, genau. Steh auf die so einen Monge. Schnell die aufstehen können. Ja. Alter, wie viele Leichen wir schon wieder holen. Ja, gehen wir mit Schlafen. Die Nerven. Wir können schlafen. ja scheiß komm jetzt her lass mich doch in Ruhe entschuldigung abreagieren ja gut eigentlich würde es sich wieder lohnen aber eigentlich will ich gar nicht ehrlich gesagt grad ich will grad gar nicht da ist ein Reh ich hoffe das jetzt nicht angreifen weil ich hab wieder ja in dem Moment wo ich werfe natürlich ich krieg das Reh schon wenn es stehen bleiben würde gut jetzt müssen wir uns aber entscheiden sinkhole suchen oder die zwei Höhlen da mal besuchen was machen wir denn jetzt? ich bin für sinkhole noch mal gucken aber da finden wir ja nicht dann versuchen wir uns das sinkhole noch mal ich glaub da hinten ist schon die Schneewald wenn ich so das richtig entsinne da hinten fängt schon Schnee an ich frag mich echt ob er bis da ganz nach oben kommt ne das glaub ich fast nicht wär mir egal da oben dann kannst da oben was bauen wenn du dann die Insel so einen Überblick hättest wär so nice das wär echt gern oh das sind wieder blaue Beeren ich glaub nicht wieder so ablenken hallo ich kanns nicht ins Suckel tun ich glaub doch jetzt gehts ja das ist ja noch ein bisschen verpackt man muss ganz kurz wegschauen das das von i zu Reintun äh umändert so hab ich glaub ich tu die ganze Zeit Twin Berries rein ne und ich habe jetzt äh 26 sehr schön bei mir sind das eigentlich immer nur diese Twin Berries Blue Berries sind echt silten bei mir ich hab 26 Blue Berries anderen Bären hab ich gar nicht kann das sein dass das mal bei uns genau andersrum war dass ich nur blaue Beeren gefunden hab und du nicht und das ist genau andersrum wieder ich weiß das nicht jetzt find ich keine blauen Beeren mehr nur noch du oh ich bin durstig seh ich grad oh ja ich hab Hunger ja Hunger geht ja ich hab auch Hunger aber warte ich nehm meine Wasserflasche ich nehm einen Snack Trink so ich nehm jetzt wieder super zwei Snacks so sind die gut ich weiß gar nicht ich ich nehm es einmal mit keine Ahnung was das ist ja man kannte ihr dann zum äh Gift herstellen ja ich weiß schon jetzt hab ich noch andere jetzt hab ich Twin Berries genau jetzt hab ich auch Twin Berries gern Gift und Farbe glaub ich Farbe war es auch noch ne hm ah es ist braun ne Farbe ist mit Pflanzen das ist mit Marigold und so achso okay mit der Triss und so ähm ja dann ich glaub kann es sein dass da hinten unser Sinkhole ist wenn ich mich nicht ganz täusche das lila lila heißt ja gut stimmt wir könnten mal doch 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 jetzt doch da waren wir schon mal wir waren genau auf der anderen Seite wo wir das wo wir das erste Mal Mutanten gesehen haben oder? wo wir die Tarnung ausprobieren wollten ob das funktioniert mit der Farbe oder was das war oder Schlamm da bist du ver... wieso hast du denn was hab ich? achso das ist die ist das Sinkhole oder ist das einfach nur hier er liegt von uns ein wieder eingeborene rechts laufen der Sinkhole ist da noch nicht glaub ich aber wir sind in der Nähe doch da ist es doch es ist es wir haben es gefunden ach endlich sind wir einfach Frieden und ist da hey das ist ein Stuhl der hat sich also ich würd mich da nicht der hat sich gedraht der hat sich gedraht leck mich am Arsch hui na gut dann wenden wir direkt hier die Formel genau dann gehen wir mal links oder rechts rum und dann schauen wir mal wo denn so ein Höhleneingang ist und äh irgendwie kommen noch Runde das sag ich euch ja irgendwie schaffen das schon auch genau okay dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Tschüss